ja und damit seid gegrüßt wieder zu einem stream wie angekündigt an den wunderschönen sonnigen samstag also es ist gerade wirklich sonnig nur ich habe jetzt eben alle fenster verdunkelt und ja es geht weiter mit der kampagne von ja hier ist auch viel er hätte ich gern eigentlich am freitag auch gemacht aber leider ging das nicht ich hoffe jetzt klappt das schön mit dem stream ich guck mir mal eben kurz an sieht gut aus eigentlich aber ich will jetzt auf 720p falls natürlich die grafik so ein bisschen oder was heißt grafik die auflösung leidet ja kann ich auch nichts für so marin servus schön dass du dabei bist ja wie gesagt 720p für diejenigen die auch jetzt auch zuschauen könnten wie terrarium und so alles weil er ja gesagt hat er kann sich das nicht anklicken jetzt theoretisch müsste es können so wie gesagt marin schönen samstag schön dass du dabei bist freut mich ich glaube ich habe jetzt soweit alles hier fertig ich gucke jetzt noch mal nach ob da noch was zu machen ist aber ich glaube nicht ich hoffe man hört mich noch ganz gut ich habe die ansprüche ein bisschen runter gesetzt glaubt du martin hast sowieso keine schwierigkeiten die media brüder ja aber gut wir einfach wieder rein und spiel und setzen die kampagne fort ja wie es mir geht eigentlich ganz gut ganz gut ganz gut doch 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 ist wunderbar ich kann mich nicht beklagen super tag gestern gehabt ne und freue mich einfach definitiv zu streamen und das jetzt zwar weiß ich nicht ich glaube mein kater hat irgendwas wieder umgeschmissen so in der pappnase ja hoffe man hört mich jetzt ganz gut nehmt euch was ihr braucht sollte genug für alle da sein habe ich eigentlich das alles was ich wollte oder so du hast letztens gesagt ich soll die longshot nehmen wenn ich mich da noch recht erinnere das ist für mich so spätergranate soll ich denn da irgendwas mitnehmen spielgranate habe ich ja hier komm noch ein bisschen miet sonst noch irgendwelche brandgranate will ich jetzt eigentlich nicht ein bisschen muni hier mit diesmal macht die unity media keinen stress ja das stimmt ich hoffe es bleibt so ja du hast doch gesagt hier ich soll die longshot mitnehmen digga hast doch gesagt ich hoffe ich habe jetzt alles mitgenommen ne also longshot lancer die snoop und spielgranate alles klar gut ja perfekt ja jetzt geht der mir jetzt echt vor der linse aber machen wir doch direkt hier longshot warte epic moment ich liebe das so muss das sein gut nachladen schnell eigentlich könnte ich ja ich dachte wenn ich lustig bin aber gut wir müssen zu meinem truck so was ich ein bisschen schade finde das ist ja nicht diese typische marcus phoenix stimme aber glaubt... glaubt mir dieses mal kommt mir nicht vielleicht davon dieses mal kommen wir nicht gleich davon verflucht ich hatte ihn gerade aufgemotzt ok planänderung runter mit dem kest wow woh 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 anscheinend nicht sie ist den antrieb ab wie wenn ich hier alles stimuliert das leuchtet hier glaubt ihr macht ihr alle schrölle da ist ein bisschen schlecht gelaunt kann sein ich glaube ich bin gleich mal so verkehrt mit dem schießt auf das leuchtet wahrscheinlich auch noch mehr langskapsel bitte raus bitte raus ja genau das wollte ich doch mal gleich im arsch für kettensägen massaker tue ich doch mir gerne aber ja digga gut ist jetzt nicht so wie bei den locust aber hauptsache mal kettensägen nutzen du auch du schreist auch danach aber kann ich noch nie holen haus zu verwösten hallo habs danke macht ihr aber spannend der alte ich da nicht langsam hier mal ein bisschen putte im videospiel heißt es eigentlich wenn es aufhört zu leuchten ist das wichtig ne dann muss ich die raketen langsam mit dem arsch machen da ne geht doch wo wo so aber ist die kleine ein bisschen säuerlich geil auch nicht naja ähm angst glück und normal wenn spaßig war Hör mal, ich ömmel dir so lange drauf, bis du Pudde bist. Cool, eigentlich, dass an dem Haus alles kaputt geht. Bis auf, was da? Stabil gebaut, stabil gebaut. Für die Ewigkeit. Längsam muss doch auch das Maschinengewehrchen eigentlich im Arsch gehen, ne? Wo ich hier drauf geümmelt habe. Geht doch. Läuft! Nee, gut. Dad, die Chor hängt uns im Nacken, dein Truck ist explodiert und das Haus steht in Flammen. Gibt es denn einen Plan B? Ja, es gibt einen Plan B. Er ist unten im Keller. Holt euch Munition und dann nichts wie raus. Bin dabei, Alter. Bin dabei. So, so. So gut wie es geht. Ähm. Doof das nicht noch? Ja, ich hab eigentlich gedacht, Alter, du hast noch einen Longshot. Aber, ne. Na gut. Aber schon geil. Doof wirklich nur, dass das Haus jetzt ein bisschen leicht sanierungsbedürftig ist. Ah, gut. Äh, die sollte mich nicht beschweren. Woh lang? Okay. Ja, um ein bisschen. Sperrgebiet? Äh, Leute, was zum Teufel ist eine illegale Zone? Fupp. Äh. Wow. Los, die Treppe runter. Okidoki. Das ist nämlich hier, ich glaube, war das bei Gears 4 1, wo man hier im Haus sich geprügelt hat? Oder 2? Ich weiß es nicht mehr. So, total das Deja Vu. Okay. Frack ist raus. Ich hab mich da vorne gar nicht gesehen. Rambo, oder was hier? Ach, scheiße. Ach, Alter. Bäm, Digga. Ich sehe kaum, aber ich glaube, ich hab's getroffen. Ach. Da unten, los. Äh, hab ich hier Muni mir jetzt mitgenommen? Danke. Ab in den Keller. Ach, Keller. 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 Alter. Ist das eigentlich die Rüstung von Dominic da? Das war knapp. Warte, was der Gute hier James trägt. Was machen wir? Das ist eine Sackgasse. Jetzt nicht mehr. Tschö, tschö, Maddin. Tschö, tschö. Du hast einen Fluchttunnel aus deinem eigenen Haus? Folg mir einfach. Ja, erstmal hier mitnehmen. Erstmal Sammelstück. Alles mitnehmen, was jetzt, äh, zu mitnehmen ist. Ich will den Eimer mitnehmen. Ich weiß zwar nicht, wofür, aber egal, ob sie einen Eimer mitnehmen. Das ist genauso eigentlich wie bei, äh, so Rollenspieler. Kannst alles mitnehmen. Wo hast du das hier gebaut? Für Nothelle. Wie sie sind hier. Wird es draußen ein paar Reparaturen machen können? Das würde uns jetzt wirklich weiterhelfen. Jo, wie wäre es, wenn wir über etwas anderes reden? Das Monster vielleicht, das gerade mit unseren Freunden abgerauscht ist. Wir kümmern uns darum, sobald wir hier raus sind. Los jetzt. Ja, ein bisschen Bewegung. Okay. Okay. Aber ich habe gar nicht gecheckt, dass Markus vorgegangen ist. Cool. Ist er jetzt auch irgendein? Wenn wir Glück haben, wird Gin glauben, dass wir es nicht rausgeschafft haben. Sie wird trotzdem alles absuchen. Darum kümmern wir uns da. Ein Weinkeller? Kann man was mitnehmen? Nee, ich gucke gerade jetzt hier rum. Ah, doch, doch. Ah. Ach nee, das ist jetzt Lancer. Äh. 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 Ja. Ja, nee, ich bleib beim, beim, beim Longshot. Das geht nie anders. Heilige Scheiße. Wie gesagt. Willkommen zu Hause. Hm. Okay, wir haben sie abgehängt. Kürzen wir durch den Garten ab. Willkommen zu Hause, ist klar. Ja. Das war sowas von klar. Das war sowas von klar. Aber eigentlich voll schade, dass man sich so mit den Robotern kloppen muss, wenn scheinbar die Locusts wieder da sind. Wir halten ja eigentlich als, äh, vernichtet tot. Weiß nicht mehr, wenn man es jetzt noch sagen soll, aber, äh, ist gut. Weil die Robo-Heinis sind vielleicht nicht die besten Kämpfer, aber hätten wir gut gebrauchen können. Äh, 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 äh. Alter. Gut, gut, gut. So. Ich glaube, das war es jetzt, ne? Mal eben kurz hier nachladen. Okay. Hä? Ah. 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 Oh, oh, oh. Oh. Ich will nicht. Klappe halten. Alter, weißt du was? Geh es mir voll auf die Nüsse. Hat er gesagt, unsoziales oder asoziales? Immer in die Luft. Ich glaube, ich schmeiß noch eine. Hier für dich. Einfach mal. Einfach so. Oh, oh. Weg da. Alter, meinst du das jetzt ernst? Jetzt gehst du mal hier. Oh, oh. 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 Boah. Alter. Nein. Scheiße gerade jetzt. Geh doch. Multiplayer bin ich ja sehr oft gespannt. Zur Scheune, wo ist die? Am anderen Ende des Grundstücks. Äh. Noch irgendwie hier Muni oder sowas? Ne, ne? So ein bisschen kleinen Scheiß. Hello? Kann ich nicht. Wäre super gewesen. Ne, komm, scheiß der Hund drauf. Suche jetzt nicht wie bekloppt jetzt hier Muni. Weil ich... Ne, 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 komm. Scheiß, scheißegal. Aber da ist Muni. Werd ich jetzt nicht einen auf Babo tun und mir jetzt, äh... Ja. Mitnehmen. Große Knarre. Scheiße, die macht mir. Wir machen hier noch die Scheiß-Tomaten kaputt. Haha, Scheiß-Tomaten kaputt. Bin ich gut. Äh. So. Alter. Hier machen wir noch die Scheiß-Tomaten kaputt. Oh. Ich kann hier auch kaputt machen. Mein Weg, ich ziehe jetzt eigentlich gerade die Scheiß-Tomaten. Weil, äh, äh. Ist ja hier schon eine andere Schrott. Wir haben keine Ahnung. So. Alter. Ich krieg' zu viel. Gehen wir mal einen Schritt bis näher. So. Kann man... Ne, das wär' jetzt so du. Und... Tschüss. Oh. Wir sind der Punkt, alle feindlichen Ziele zu überledigen. Kann dann sein, dass jetzt mein eigener Kollege auf mich geballert hat. Ich weiß jetzt nicht, ob Friendsly Fire irgendwie in der Form aktiviert ist. Aber, äh... Niedlich. Und... Kann ich den dicken da? Kann ich nicht. Ich hab's schon geahnt, dass ich den jetzt nicht massakrieren kann. Genau. Ich glaub, das kommt jetzt echt am besten. Wo ist denn seine Knarre? Hat er auch nicht gehabt? Doch. So. Haben oder nicht haben, ne? Der hat auch überall seine Waffen verteilt. Selbst in der Botanik hier. Alter. Ja gut, nach so vielen Jahren an Kriegen, die er mitgemacht hat, da wird man schon ein bisschen beschuggelt im Kopf. Äh, nein. Retro-Lancer noch nicht. Scheiß auf die Retro-Lancer. Sorry. Folgt einfach dem Weg. Ich glaub, ein schnellen Schritt, das wär gut. Da kommt eine Stürmfahrt auf uns zu. Alle zurück ins Gewächshaus. Sofort. Nein. Das Lager bietet besseren Schutz. Wir sind fast da. Ja, du meinst, Alter. Wenn du solche Stürme anscheinend tagtäglich hast. Okay. Alle rein da. Ja, dann. Hey, in die andere Seite. Gut. Oh, er ist jetzt mies in der Ecke. Oh. Oh. Wow. Ja, dann, äh, zieh mal durch, Digga. Fels. Haha. Schild war down, Fräulein. Ja, dann schieß auf den Vogel. So, geht doch. Wir sind Schütze erledigt. Noch geschafft. Wenn man im weißen Bereich bleibt, zum Nachladen. Dann geht das so ein bisschen besser. Dann geht der etwas schneller nach. Ich bin dabei, Käse-Pop, ey. Wenn wir uns zerstören. So. Ähm, ähm. Ja. Ja. Das waren alle. Werden wir uns nicht anders jetzt erwartet. Erst meine Tomaten und dann das. Dad, die Sturmfront lässt nicht nach. Wir müssen los. Nein, wir verschanzen uns hier. Wir haren aus. Aber ist diese Bude nicht etwas zu, äh, Hölzern? Die hält. Bist du dir da echt sicher? Die hält. Scheiße. Und der Karponzer! Und der Karponzer! Ich will nichts hören. Ja, achso, da sind noch welche. Es scheint, Sie hatten einen Umfang, wie dürfen wir Ihnen helfen? Sieh mal an, die Feuerwehr ist auch da. Ehrlich jetzt? Es scheint, Sie hatten einen Umfang, wie dürfen wir Ihnen helfen? Zeit zu gehen. Ehrlich jetzt? Das war gut. Der ist gut gemacht. So. Ich nehme mal eben hier... ...tun die mit. Ey, wie geil ist das denn jetzt gewesen? Einfach mal aus Wut. Ich brauche Hilfe! Stylisch. Oh. Ja, war zu erwarten. Was? Wo kommt die Stimme? Oh. Diese Dinger sind echt unheimlich. Früher waren Babys noch bessere Müllbots. Ich habe Sie gewarnt, als Sie noch in den Betrieb gelangen wurden. Danke. Ey, woher kommt die Stimme her? Bei dieser Einheit wurden... Bei dieser Einheit wurden eventuell Probleme festgestellt. Bei welcher Einheit? Die Longshot von Voreigen zum Verschluss gegen Artikel 260a ist... Keine Ahnung wo das herkommt, aber ich... Ich hätte es jetzt gerne, äh... Also erfahren. So. Äh... Ne, scheiß. Der Hund drauf. Longshot will ich jetzt nicht mitnehmen. Ehrlich. Achso. Wieder Fußball. Und... Tschö. Also, äh... Wie heißt diese, diese... Ist egal. Ich trip gerne in diese Fugel. Macht irgendwie voll... Oh Mann. Schon wieder. Nicht schon wieder. Bitte. Lade nach. Lade nach. Verletzt. Ja, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Sieger. Rufen mit dir. Äh... Hab ich nicht. Entschuldigung. Ich dachte ich hätte. Ja komm. Komm. Kann ich hiermit was machen? Nein. Kann ich nicht. Bin dafür... Äh... Nicht nah genug. So. Zack. Geh mir nicht auf die Nüsse. Danke. Mehr. Wollte ich. Nicht. Wollte ich auch mitmachen. Wow. Gibt's die Scharfschützen? Alter. Irgendwie war die Waffe für mich so ein bisschen jetzt ähm... Overpowered. Nein. Mal. Ich seh dich doch da. Pfiffiger Kerl. Nicht pfiffig genug. Oh nein nein nein. Rück da. Tschüss. Ehrlich jetzt. Ich dachte jetzt schon ähm... Der eine fährt einfach... Oder beide fahren jetzt gleich weiter. Ich darf die nochmal treten. Hä? Äh. Nicht da eine? Ne. Das ist ein Blatt. Also ich muss schon echt sagen, die Grafik gefällt mir wirklich genau. Einsame Spitze. Einfach vorn aus Horstisch. So. Hier war Putte. Dankeschön. Einfach Putte machen. Ich liebe es. Gibt's da noch einen? Habe ich gar nicht bemerkt. So. Das habe ich... Äh. Longshot. Aber ich habe schon so was... Äh. Geahnt. Dass da bestimmt Munition gibt's. Jetzt kann ich mal eben kurz auf die... Schnelle. Zack. Pass. Pass. Äh. Nochmal. Ha. Die Mucke ist immer so geil, die ist. Neee. Wie viele dieser Bozza Gin eigentlich noch? Willst du das wirklich wissen? Seht ihr die Windmühle? Das ist unser Ziel. Ich dachte wir gehen zu einer Scheune. Tun wir auch. Die Windmühle ist gleich daneben. Äh. Okay. Die Windmühle ist neben Scheune. Ja gut. Ich glaube mehr brauche ich jetzt nichts. Ne? Munition habe ich. Was? Ist das dein Familienanwesen, Markus? Nein. Gehörte der Familie meiner verstorbenen Frau. Mum hat es ja geliebt. Ich bin froh, dass sie es nie so sehen musste. Da bist du nicht allein. Okay. War das die Rothaarige, ne? Das kann eigentlich nur die gewesen sein. Kommt schon. Wir sind fast da. Ich hatte fast vergessen, wie groß das hier ist. Tja. Naja. Es wird mit jeder Sekunde kleiner. Hey. Was war das? Kestrel! Hast du Spaß, James? Klar. Wieso? Du etwa nicht? Oh, es ist immer schön dich wieder zu sehen. Sind die beiden immer so? Hm. Normalerweise schreien sie mehr. Finde ich gut gemacht. So. Immer ein bisschen Mikro nochmal weiter runter. Dann sieht man auch das Faceline. Ne? Äh. So. Plan B. Gut. Was ist denn eigentlich Plan B? Okay. Da kommen Verfolger. Ui. Mietig. Fußball. Dafür sind die Dinger noch da. Ne? Oder? Geht doch. Geht doch. So. Noch mehr? Ich tritt euch doch gerne. Kein Thema. Ja? Dich tritt ich auch. Geht doch. Sonst noch was? Ohne Scheiß. Ich tritt sie echt gerne. Äh. Wenn ich da, wenn ich da in der Nähe stehen würde, würde ich wahrscheinlich für den Kugel zerquetschen fließen. Langeres Kapseln. Warte mal. Ich hab doch hier was. Oh. Kein Thema. Geht doch. Hast du die Waffe? Nein? Oh egal. So. Warte mal. Wow. Wow. Oh. Ah. Verdammt. Nee. Danke. Lachst du schon. Oh 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 oh. Ah. Oh. 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 Wo ist dich? Das ist bitter. Das ist bitter. Gut. Ich hab. Ich hab das. Ich hab das Ding in hier. So. Gut. Alter. Zwei. Zwei Treffer noch. Und dann ist Feierabend. Okay. Okay. Jetzt geht's noch. Sehr gut. Ein Wirkungstreffer. Altbewährt weiter. Also alles was leuchtet. Draufballern. Wir kennen das ja. Hallo. Es ist nämlich so schön an meinen kleinen. Gears of War. Let's play. Ich glaub den 3er und den 1er hab ich gemacht ne. Dankeschön. Gears of War. Keine gute Zeit dafür. Ich will nur nachladen. Digga. Sorry dass ich mich ein bisschen beeilt hab. Und den Kestrel runter. Alter ich bin noch dabei. Was kann ich dafür wenn es nicht eben auf die schnelle klappen. Geht doch. Ach komm. Zwei Sachen sind Puddel. Der stresst jetzt so. Nein. Geht's nicht anders. Gut. Nachgeladen. Wenn er sich dahin verlinisiert. Kann ich eigentlich auch nix machen. Das muss. Ey komm. Ey das muss doch sitzen. Alter. Jetzt im Ernst. Ja was für Treffer ich hier lande. Geht doch. Hui. Oh. Abbrechen. Abbrechen. Alter will ich mich verarschen. Wir müssen weiter zu der Scheune. Was ist in der Scheune Dad? Ein paar Mules. Was? Oh das wird ein Spaß. Ah schön. Äh leuchtet es nochmal so. Oder so. Ach das war das Feuer sein. Ah. Ah hör mal. Wusste ich doch nicht. Aber war für ein Feuer ein bisschen ulkig komisch. Leute da kommt noch eine Sturmfront. Schon wieder? Durch diese Schlucht. Dann äh Gas geben. Ach da. Entschuldigung. Ich war wieder zu voreilig. Ich bin dabei. Paps. Bin dabei. Stress nicht. Bin dabei. Obwohl. Ein bisschen stressen kann. Oh ne. Jin hat uns umzingelt. Was jetzt? Ziehen wir das Feuer auf uns. James. Welche Seite willst du? Komm. Ich hab Bock auf das Fußbett. Wir gehen nach rechts. Kate. Seh auf. Wir gehen nach links. Sind dran. Was? Und die Idee? Stimmt. Diese Entscheidungsfragen gab es ja früher auch. Wo. Bei. Äh. Gears of War. Habe ich ja schon fast vergessen. So. Mit welcher Seite. Und. Äh. Aber wurde da nicht ein bisschen ausgemacht. So. Äh. Oder gezeigt. Was ist schwer. Was ist leicht. Oh. Oh. Der Paps wurde erwischt. Okay. Jetzt muss ich aber jetzt easy bleiben. Ja. Ein bisschen weiter nach hinten. Digger. Ja. Ein bisschen zu nah. Halte Rohrohrfliege. Geht doch. Wo? Weil ich nehm erstmal die Wumme hier. Da lang? Kann ich noch irgendeinen Summoni mitnehmen? Ach so. Ja. Gib mal her. Boah. Ein bisschen. Bäm. 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 Was von meiner Schnauze. Okay. Was ist das? Oh. So. Als wär alles geplant gewesen. So. Da flog doch jetzt ne rote Piste. Oh ja. Wie viele denn noch. Das Tor geht nicht auf. Könnt ihr irgendwas auf eurer Seite machen? Ich bin dabei. Ich bin dabei. So. Komm. Du musst doch dabei Schrott gehen. aufhersagen. Warte mal. Warte mal. Bäm. Warte mal. Wie sieht da bloß auf? Arbeiten dran. Arbeiten dran. ok passen die gummi irgend so gesicht hat es ja dann war schnell die windmühle dahinten hierzu rot am leuchten du hast ihn gesehen ehrlich jetzt verdammte Hacke ich hab keinen erwischt perfekt let us scream, let us scream, let us scream nein 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 der dicke Der Dicke. Alter. Ja. Ey, das ist... Als würde er aushalten wie so ein... Berserker, ey. Keine Ahnung. So, keine Ahnung. Ach, wegen dem Wind. Ja, nee, ist klar. Verständlich. Macht auch Sinn. Ich muss aber jetzt echt woanders durch hier. Nein, nein. Pops. 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 Popsi. Juhu. Thank you. Verdammt, der hat so einen Rücken zu mir gewendet. Schild ist unten. Ja, gib mal Gumi, Schummi. Geht doch. Wenn man auf die orangenen Teile schießt, dann passt das. Ich versuch's mal mit der Kettensegel. Ein toter Hirte. Und machen wir mal so. Schild mal durch. Ich glaub, das war jetzt kein Problem. Hey, die Sturmfront kommt näher. Okay, durch das Tor. Wir müssen zu dieser Scheune. Ja, lass mich doch erstmal Muni mitnehmen. Wer weiß, was mich da hinten erwartet, ey. Pff. Alter. So. 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 Vielen Dank.